Katalog Nummer 313, Andorra, eine Rotfaktor-Tochter des Bullen Havetzta. Sie ist tragend mit gesextem Latt P und kommt aus einer super Kuhfamilie. Die Mutter, eine Zabing-Tochter und davor stehen vier Generationen exzellenter Kühe. Die Großmutter mit aktuell 143.000 Liter Lebensleistung. Lot Nummer 313, Andorra, sie ist eine Rotfaktor-Tochter des Septemberstorms Wetzta. Sie ist brennt zu Sex-Latt P und eine sehr lange lebende Kuhfamilie. Die Dam 85. Zabing und dann vier Generationen exzellente Kuhs. Die Grand Dam, exzellente Kuh, 143.000 Kilo von Lebenszeitproduktion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.